Ja klar, hallo, ich bin's der Bundestrainer eben, der Jogi. Und ich denk mal, ja klar, ist jetzt eben dann bekannt gegeben worden, dass ich im Sommer auch aufhöre nach der EM, klar. Und der Grund ist dann, weil ich eben dann mit dem Rauchen auch aufgehört, vor ein paar Wochen. Und ich denk dann, Fußball ohne Rauchen, das halt ich dann auch nervlich nicht durch. Hallo, Dieter hier, ja, Brother-lulului. Ja, ich find das echt megamäßig geil, ja, dass ich jetzt demnächst wahrscheinlich mehr Freizeit hab, weil ich hab gesagt, ich hör auf, ja, bei RTL. Weil mir ist nach über 20 Jahren klar geworden, ja, dass wir den Superstar niemals finden werden. Und deswegen hab ich in den Sack gehauen, du ehrlich. Aber ich bin natürlich trotzdem der Aller-Allergeilste, ja. Das ist ja genauso wie bei dir, Jogi. Äh, ja, klar, ich geb dann jetzt auch zu, seitdem wir eben in Russland isch, dann auch ein Stück weit auch die Luft raus. Und ich hatte aber auch, äh, Corona und ich riech teilweise nix mehr. Du, ich bin auch schon wochenlang in Quarantöden sind, du ehrlich. Aber wenn ich in Russland auftrete auf dem Roten Platz, ich liebe das ja. Mit meinem Geronimus-Ladenschluss, hör mal, dann schieß den Putin, schieß die Milch ein, du ehrlich. Aber sag mal, was machst du denn jetzt eigentlich, Jogi? Sag doch mal, was hast du vor? Ich, äh, ja, klar, ich bin jetzt eben dann erstmal bei der Volkshochschule, hab mich angemeldet für, äh, für Hochdeutsch. Und dann bin ich eben dann auch jetzt Mitglied bei der Selbsthilfegruppe der anonymen Bundestrainer. Und ich mach eben dann Fernstudium als Kosmetikerin. Und du? Ich mach erst mal Urlaub, ja, sechs Wochen oder sechs Monate wahrscheinlich auf meiner Lieblingsinsel, auf Gran Carina. Und danach schreib ich ein Kochbuch, du ehrlich, ich freu mich schon drauf. Wie, du, geil. Du kannst doch gar nicht kochen oder wie, oder was? Nee, aber ich kann ja auch nicht komponieren. Ich nehm einfach so erfolgreiche Gerichte und misch da so zwei Töne dabei und dann wird da schon was. Aber sag mal, wer wird denn eigentlich dein Nachfolger, Jogi? Weißt du da was? Ja, klar, ich hab jetzt dann erstmal mit dem Oliver Bihoff auch vereinbart, dass sie erstmal jemanden nehmen, der nicht so viel Ahnung hat. Klar, so ein Domenico Tedesco oder ein Manuel Baum oder ein Christian Groß eben dann auch um mein Renommee nicht zugefärben. Ja, aber ich hab da überall gelesen, ja, dass der Klopp das machen soll. Also Jürgen Klopp, der stand jetzt überall geschrieben. Nee, weil der Klopp hat dann, soweit ich das eben dann jetzt auch weiß, hat eine DFB-Intoleranz und eine Verbandsneurose. Aber sag mal, wer wird denn eigentlich dein Nachfolger? Ja, was weiß ich, Roland Kaiser oder Florian Bügeleisen oder hier, wie heißt sie? Helene Fischers-Fritz. Das wär doch geil. Nee, ich mach's. Ich? Du? Aber er hat mir doch gesagt, es gibt nur noch zwei Millionen pro Sendung. Ich mein, das ist doch gar nicht so viel. Nee, es gibt eben dann pro Sendung drei Millionen. Aber im Gegensatz zu dir, Dieter, hab ich 2014 mit Mario Götze schon mal ein super Toiland gefunden. Also ganz ehrlich, der Typ, da ist doch so ein One-Hit-Wander. Im Finale ein Hit gelandet und seitdem hat er eine kreative Pause. Weißt du was? Du kommst einfach mal bei mir vorbei im Töten-Sinn und dann nehmen wir zwei ja zusammen einen Song auf. Das ist doch geil. Aber ich kann doch gar nicht singen. Ja, deswegen ja. Wir passen doch mega geil zusammen, weil wir zwei sind nicht modern talking, wir sind modern training. Ja, das ist vielleicht eine sehr gute Idee. Ich komm mal rum. Ja, mach das. Klar. Du kriegst auch was zu fressen, du. Du bist doch richtig abgemagert. Hier die ganzen Augenringe. Ich meine, lass dich mal operieren. Ciao. Ja, meine Frage an euch und ich bin sehr gespannt, was ihr schreibt. Was ist der größere Verlust? Jogi Löw als Bundestrainer oder Dieter Bohlens aus bei DSDS und beim Supertalent? Schreibt's mir in die Kommentare. Wir sehen uns gleich im nächsten Video und ich bin auf Tour mit all meinen Figuren und Stand-Up ab Winter. Mut zur Lücke heißt mein Programm. Ich hoffe, ihr kommt vorbei.